UNTERTITELUNG Das ist ein Slamper! Aussteigen! Der Okku ist nur zu Besuch. Besuch? Sehr lustig. Der Okku ist das Patenkind von meinen Eltern. Grüße, Brandner, Kripo Wien. Sie sind tot. Alle. Schuhe? Ob ich die Schuhe ausziehen soll? Was wird das, wenn's fertig ist? Mausl! Ich bin kein Nagetier. Was macht der so ein Beruflich? Der Robert verkauft seinen Sperma. Sie sind keine Polizisten. Wie viel Geld ist wirklich da? Nix. Wie viel? Eine Million. Oh. Das ist schon komisch. Was? Ja, dass die genau wissen, dass es eine Million ist. Passieren im Frühling leicht mehr Morde? Ja, wegen einem Frühling. Mobilbox, Robert Schwarz. Ich bin derzeit nicht erreicht. Aber jetzt ist Schluss. Das ist eine Vergewaltigung! Ha! Es tut mir leid, Okku, dass das so kommen ist. Jetzt hast du das echte Österreich gar nicht gesehen. Das ist ein alles. Das ist ein alles. Bis zum nächsten Mal.